Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Ja, wir sind im zweiten Teil von Jody Calucci. Carlo Calucci. Ich steche mir selbst ein Tattoo. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Hopp, hopp, rinnenkopp. Wir gucken uns gleich an, wie sie jetzt hier loslegt. Vorab. Hier ist leider nichts eingepackt, aber das weiß sie bestimmt alles sehr gut. Das soll so homilmäßig hier einfach sein, dass sie sie selbst tätowiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sonst das alles eingepackt wäre, wenn sie quasi beim Tätowierer ist. Also was ich damit sagen will, ist, sie hat sich das bestimmt nicht jetzt so irgendwo abgeguckt, weil das ist das Schlechteste vom Schlechtesten. Und das wird niemals der Fall sein. Vaseline steht auf dem Tisch, Vaseline ist nicht gut. Beziehungsweise ist nur gut, um die Farbkappen zu fixieren. Wir haben das Netzgerät, was nicht sonderlich doll ist. Das ist einer der billigsten. Man kann natürlich trotzdem damit arbeiten, gar keine Frage. Aber ich finde, das... Also du drehst da einmal an dem rechten Knopf quasi, wo die drei Nullen sind, bewegt sich der ganze Kasten, würde ich damit sagen. Also das Ding wiegt fast nichts und ja, ich finde es einfach nicht gut. Die Maschine. Ja, ich habe mit Maschinen immer so ein Problem, was genau das für eine ist. Das ist irgendwie mein Eins. Ja, das ist so mein Punkt, wo ich wirklich nicht weiß, was letztendlich da benutzt wird. Auf jeden Fall haben wir hier nichts eingepackt, aber wie gesagt, das weiß die alles. Aber das Kabel ist nicht doch das Kabel erst. Warum hängt denn da so ein roter... Alter, hä? Was hat sie denn für ein Kabel benutzt? Ist ja interessant. Sieht aus wie so ein Kabel von einer Anlage. Egal, wir gucken weiter. Das kann ein bisschen so verwackelt sein, weil es ist der Schwanz, der ist ja... Ne, smart. 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 Schwenz. Oh, das tut ja auch noch weh. Das habe ich ganz vergessen. Alter, da sehe ich jetzt erst, dass sie zwei verschiedene Farben hat in den Haaren. Also sprich eine Seite, ne? So Harley Quinn-Style. Da kann man mal sehen, wie ich auf alles andere achte, aber nicht auf die Person. Okay, sie geht los. Sie wird auf jeden Fall... Ja, gut, sie hält das schon mal gut fest, aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr professionell aus. Ich bin gespannt, ob die jetzt gleich Aua sagt und sich konzentrieren kann und gleichzeitig eine Linie ziehen kann. Maschine klingt ein bisschen so danach, als wäre da nicht genug Saft drauf. Jedenfalls zum Linienziehen. Mich würde an dieser Stelle jetzt mal interessieren, wie weit sie die Nadel rausgehört hat. Das tut überhaupt nicht weh. Geil! Aber meistens, wenn es überhaupt gar nicht weh tut, ist die Frage, ob sie richtig drin ist in der Haut. Geil! Wie geil, seid so krank, ne? Komm so rein, runterkohlen, hacken sich so rum. So, tut die Haut auf. So krank, ne? So krank, ne? So krank. What the fuck? Tätowiert und immer nur diese Stelle sieht, denn alles andere nimmst du gar nicht mehr wahr. Ich wollte gerade sagen, ob die überhaupt schon tätowiert ist, aber ist sie. So leicht ist es jetzt nicht, wie sie es gerade gesagt haben, mit, dann ist die Linie gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Linie gerade top gerade ist. Also sehe ich von hier, dass die Linie nicht ganz gerade sind. So lange, ich habe so drei Linien gemacht. Das sieht halt so clean aus. Ich finde es echt richtig stark. Danke. Scheiße, also langsam habe ich so ein kleines Problem, weil dieses Stance... Weil das Stance sich wegwischt. Du hast auch gerade von... Also auf... Warte mal, ist alles spiegelverkehrt. Du hast jetzt gerade von unten nach oben gewischt. Du musst von oben nach unten wischen. Sprich da, also wo du gerade tätowiert hast, dann nach unten weggewischen, damit dein Stance nicht beschädigt wird, aber du hast es gerade in die andere Richtung gemacht und deswegen verschwindet es irgendwann. Wobei ihr auch diese Blaupause, die ihr da benutzt, ist nicht sonderlich gut. Dann solltet ihr eine aus dem Tattoo-Shop nehmen, die bleibt wesentlich besser. Je länger man drüber wischt, desto mehr geht es... Aber auch das ist eine Technik, ja, die muss man richtig lange erlernen, sage ich euch ganz ehrlich, bis mein erstes Stance richtig gut sitzte, so dass man, weiß ich wie oft drüber wischen kann und das bleibt so. Ey, das ist wirklich viel Training, da musst du gucken, was du benutzt, was für eine Blaupause, wie ziehst du die Linien, wie dick mit was... Ey, da gibt es so viel. So, weiter geht's. Es ist halt auch safe ab und jetzt ist es inzwischen so weit ab, dass ich fast nicht mehr sehen kann, was ich machen muss. And I hate it. Das ist wirklich belastend. Oh fuck. Wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß nicht. Einfach weitermachen. Scheiße! Ich bin tatsächlich inzwischen so gut wie fertig. I don't know, ich muss es gleich mal andersrum filmen, aber wow, what the fuck. Es ging super schnell und es sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also viele Leute werden jetzt wahrscheinlich sagen, nein, tut es nicht, aber was willst du das halten und willst du es filmen? Ne, ich starte vielleicht. Ja, okay, dann mach das. Ich kann das nicht, wenn du es selbst meinst. Das Motiv, was ich hier gemacht habe, ist dieser, ich hab's noch gar nicht erklärt, ist dieser Hase. Diese ganze Seite ist... Ach cool, hat sie dir selbst gezeichnet? Voll cool. Ich saß einfach hier draußen auf dem Balkon und hab in die Wolken geschaut und hab einfach so das gemalt, was ich so in den Wolken gesehen hab. Okay, die Dame hat schon mal sehr viel Fantasie und eventuell könnte ich sogar im Blut liegen, dass sie tätowieren könnte für die Zukunft. Also wenn man ja gerade so eine Skizzen anfertigt, einfach so aus dem Nichts, ist schon geil. Und da ist das erste dieser Hase entstanden. Eigentlich tatsächlich schon auf dieser Seite, wo ich von meinem letzten Video die Skizze gemacht habe, falls ihr das noch kennt, da ist dieser Hase entstanden. Den hab ich dann nochmal gemalt, weil ich den so geil fand. Und jetzt überlege ich, boah, eigentlich müsste ich auch diese ganzen Schattierungen noch machen, ne? Ich mag halt keine Schattierungen, aber... Ne, das ist auch keine Schattierungen, das sind ja so Striche. Ach so, ja, 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 so wie so ein Bleistift. Genau, wie so eine Skizze. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein paar Striche nach unten machen, das so ein bisschen den Boden darstellen soll. Was ganz gut ist, weil das ein bisschen vielleicht die Füße überdeckt, die ich freihandmalen musste. Es war keine einzige Linie mehr da. Dave, vielleicht auch für dich als Tipp, mach erst die Sachen, die so klein sind, wo du auf jeden Fall noch sehen musst, wo dein Stencil ist. Das hier ist halt dann einfach so aus meinem Kopf entstanden und dann auch noch auf dem Kopf. Sieht aber wirklich nicht schlecht aus, also von Anfang. Nicht nur aus meinem Kopf, sondern auf dem Kopf. Mal auf dem Kopf Füße. Ist schon nicht schlecht, aber du siehst, es sind zittrige Linien. Ich glaube auch, dass die Maschine nicht genug Saft hatte. Ich glaube nicht, dass jede Linie, der perfekt bombenmäßig drin sitzt. Glaube ich nicht. What the fuck? Von so Rasen gehen. Aber wenn man jetzt von der Tür, es ist jetzt eine Zigarette im Joint, wir nehmen einfach mal beides. Also Tabak und Marianas drin. Der sieht schon echt nice aus. Ich glaube, dass sehen Tätowierer gar nicht gerne, dass man ein schlechtes Licht hat. Alright, hast du vollkommen recht. Sie selber wirft einen riesen Schatten mit ihrer Hand. Kann man ja perfekt gerade sehen hier. Dieser Schatten. Umso näher sie natürlich dem Tattoo kommt mit der Nadel hier, umso mehr Schatten ist drauf. Ich glaube, sie hat mehr hier gefrühstert als alles andere jetzt, weil die Blaupause auch weg war. Ich glaube, sie sehen gar nichts gerne, was sie hier sehen. Ich glaube auch, ey. Um es zu sehen, ja. Sie tätowiert mit 8 Volt. Ist eigentlich, aber das ist auch mal von Maschine zu Maschine unterschiedlich, ist eigentlich schon gut Saft drauf. So, ja, das stimmt. Ja. Ja. Das war die erste Linie, die ich gestochen habe. Ist das jetzt abgeheilt, was sie da gerade zeigt, oder ist das jetzt frisch? Das ist die Frage. Und die ist am besten geworden. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, du hättest vom Anfang an so bleiben sollen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Das hast du anders gemacht. Bei der hier und bei der und hier unten, da kam keine Farbe mehr aus dem Ding raus. Sie wird wahrscheinlich auch alles mit der Leine ausgemalt haben. Das siehst du an den Augen auch. Ah, so habe ich auch angefangen. Da muss ich erstmal lernen. Ja, 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 habe ich die ganze Zeit. Ich habe so viel gedippt, aber ich bin, glaube ich, war zu schnell oder sowas. Irgendwas war nicht so ganz richtig. Nicht zu tief, keine Ahnung. Deswegen sind die so richtig verkackt und dann da ging es irgendwie wieder. Das hier war, das habe ich freihand alles gemacht, weil das komplettes Denzel weg war. Dann habe ich das alles einfach so mit der Hand gemalt. Hast du das selber gemalt überhaupt? Ja. Also ein, zwei Linien sind auf jeden Fall so, was jetzt den Zeitraum angeht, ganz gut drinnen. Aber du hast halt so in den Augen bereich und so. Ich sage das auch gerade selber. In dem Zeitraum jetzt gerade gesagt gut drinnen. Er geht, glaube ich, auch fest davon aus, dass da welche rausbrechen. Wir können es ja auch schon hier sehen an dem Rücken von dem Hasen. Das sieht nach vier, fünf Tagen aus hier gerade schon in der Heilphase. Vielleicht ein bisschen noch weniger. Auf jeden Fall, hier siehst du schon, wie das rausbricht. Sowas, da ist es auf jeden Fall ein bisschen verlaufen. Das stimmt hier so, ne? Ja, so eine Ecke. Sowas hier, das kann halt sein, dass es noch abgetragen wird einfach beim Heilprozess. Dass man es nicht so krass sieht, aber halt so um die Nase, um der Bereich, das wird so blauernd laufen. Da war es auf jeden Fall zu tief. Oh, krass. Ich dachte, ich bin die ganze Zeit viel zu hoch. Also ab und zu bist du, also hier im Rückenreich, da war es auf jeden Fall zu flach oder zu wenig Farbe. Eins von beiden. Ja, wahrscheinlich beides. Das muss man abwarten, wie es ausgeheilt aussieht und du hast einen Fehler lernen. Ja, aber ist okay, oder? Also ich habe schon tausendmal schlimmere Sachen. Es ist wirklich an dieser Stelle, es ist nicht schlecht so. Ich weiß noch, mein erstes Tattoo. Wobei meins war, ich glaube, komplett zu tief. Also es ist alles drin, aber das ist auch ganz schlimme Farbe gewesen. Noch schlimmer als das, was du denn benutzt hast. So gesehen, aber das ist halt, wenn man malt, dann kriegt man auf jeden Fall Linien besser gezogen, als wenn man gar keine Ahnung davon hat. Dann sind die auch nicht so wackelig. Das wird auf jeden Fall an einigen Stellen vernarben, also das ist halt die Kunst beim Tattooieren. Das halt so zu machen, ohne Haut halt kaputt zu machen. So reinkriegt das halt, hingen das viele Leute am Anfang. Aber halt dann den Schritt weiter zu kommen, dass es halt nicht kaputt geht, die Haut und nicht vernarbt und dass es auch wirklich dunkel bleibt, das ist halt dann der nächste Step. Wenn du das weitermachen willst, nicht zu stechen ohne Ende. Opfert euch Leute. Jodie braucht Opfer. Schreibt mir in die DM. Termine sind jetzt offen. Aber vielleicht klappt es auch schnell, dass du den Schritt nach vorne machst halt. Also ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, du sollst die besten Lehrer suchen dafür. Ja. Zu Hause ist es nicht. Aber. Das muss ich nochmal betonen bei so einem Video. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt in diesem Video. Du kriegst die Basics auf jeden Fall beigebracht, die mal in Linien zieht und sowas. Aber dass es halt immer besser wird und immer sauberer aushalten. Das geht nur, wenn du halt wirklich jemanden hast, der dir echt zeigt. Ja, schön, dass du mich angst. Ich bin mal gespannt, ob sie weiter am Ball bleibt. Das wäre sehr interessant. ...gestellt hast. Die kommen dann morgen zur Arbeit. Das war es aber, weil was werden wir in diesem Video noch sehen. Ich muss es wieder ein bisschen kürzer halten, weil sonst ist es einfach zu viel Input. Ja. Finde ich gut. Sollte am Ball bleiben. Hat auf jeden Fall Talent. Und was das Tätowieren jetzt auf der Haut betrifft, also man muss da öfters üben, ganz klar. Aber die Zeichnung, die sie da gemacht hat, ist schon echt cool. Also die hat auf jeden Fall was auf Täsche. An dieser Stelle gebt dem Däumchen. Nee, Quatsch. Gebt dem Video ein Däumchen fürs Fläumchen nach oben. Genau, so war das. Abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr einem beibleibt. Wir sehen uns schon wieder im nächsten Video. Das war es. Bis denne Antenne. Haut rein. Das war es.